So meine Freunde, dann gehen wir mal endlich mal wieder seit Jahren durch die Stadt, ohne dass die ganzen Kids einen anlabern. Mal gespannt, ob mir einer die Verkleidung abkauft. Ich wechsle jetzt mal in eine andere Stimmlage. Das ist klar, dass ich mit der normalen bosshaften Schuhe natürlich dann direkt erkannt werde. Insofern muss der Wienfried sich jetzt hier umstellen und auch ein bisschen gebückter den Gang machen. Ach, das ist aber schön, mal wirklich mal in der Fußgängerzone bei schönem Wetter hier. Ich möchte fast sagen, Ruh zu flanieren. So ein junger Mann im Turmbeutel. Sie sind hoffentlich auch Fußballer drin. Sie sind Fußballer. Stimmer. In deinem Alter war ich Stimmer, Gitterstimmer. Jedes Wochenende 10 Tore geschossen. Nehmen wir da mal ein Beispiel an, junger Mann. Ja, die jungen Leute tragen die Fußgänger durch die Gegend. Aber sehen aus, als würden sie ja jeden Tag dreimal bei McDonalds speisen. Schönen guten Tag. Ja, so ein Wägelchen könnte ich auch mal gebrauchen. Aber da kommt man gut mit Ripp zurecht, oder? Ja, ich wollte mir auch so einen zulegen. Nur ich habe jetzt den Rückstock hier. Ich habe den Stück Stock hier. Das ist auch erstmal eine Übergangslösung, sag ich mal. Ja gut, die Dame hat ja wohl kein Interesse mit mir vielleicht noch ein Eis schlecken zu gehen. Vielleicht sind da einfach mittlerweile in der neuen Zeit auch andere Anmachssprüche, die da funktionieren. Hallo junge Frau. Da wird man einfach ignoriert. Das ist ja wohl die Höhe. Aber das kann ja wohl nicht sein. Wir haben es auch nicht einfach, ne? Wir haben es nicht einfach, oder? Aber ich gebe Ihnen mal ein bisschen was mit auf den Weg. Ach, da ist ja der Stock. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Danke schön, danke schön. Ich wollte Ihnen doch nur noch irgendein kleines Trinkgeld mit auf den Weg geben. Dass Sie dann wenigstens mit Ihrer Drücke, ich weiß ja wie das ist, ich habe auch mal kaputte Knie. Das finde ich sehr korrekt, dass hier die Leute auch wirklich mal nicht... Komm da, machen wir mal. Machen wir hier mal 45 Euro. Da kommen Sie mal. Kommen Sie mal zwei, drei Tage mit durch, ne? Ich wünsche Ihnen alles Gute, ne? Immer weiter so, immer standhaft bleiben. So, Freunde, das ist was, was in der heutigen Zeit ein bisschen verloren gegangen ist, ne? Also, das mal auch wirklich mal einem armen Mann. Da ist dann doch egal, ob der das jetzt für Bier ausgibt oder was auch immer. Da kann man ja immer eine kleine Spende, da ist ja wohl mal drin, ne? Junge Frau, ein Kompliment an dieser Stelle, dass Sie die schweren Tüten hier noch durch die Gegend tragen. Als wären Sie junge 17, das ist großartig. Na, kleiner Mann, was ist das denn für ein Gefährt? Was ist das für ein Gefährt? Ist das ein Tretroller? Ja. Das sieht interessant aus. Also, wenn ich mich da drauf stelle, da falle ich wahrscheinlich direkt auf die Schnauze, ne? Das ist klar. Soll ich mal probieren? Soll ich mal probieren? Soll ich mal probieren? Nein. Darf ich das nicht? Darf ich das nicht? Komm, ich fahr einmal mit dem Tretroller. Ich fahr da... Nein Roller. Ich hab da so eine nette Junge gesehen. Da muss ich hinterher kommen. Da tschoppe ich mit dem Tschoppe. Ja, wo? Ich tschoppe das nicht. Hä? Auch mal der Schnauze hier. Da steht mein Freund. Nein, das ist doch gar nicht wahr. Ich bin mittlerweile 63 Jahre alt. Ne, das ist... Das müsst euch klar sein. Und Kinder, gewinnt euch sowas niemals an, ne? Mit der Raucherei. Da hat der Rückzug... Ja, aber falsches Gesicht. Da hat der Rückzug eine Schornsteilung. Das ist nicht gut. Da hat ein falsches Gesicht. Bloß und falsches Gesicht. Kleiner Mann. Du bist mir auch ein kleiner Strolch, du. Junge Frau, ein Kompliment an der Stelle. Wunderschöne Frisur. Man wird ignoriert, ne? Ab einem gewissen Alter ist man nicht mehr attraktiv für die Damenwelt. Da muss man sich mit abfinden. Was die Damen natürlich nicht wissen, ist natürlich, dass nach zwei blauen Tabletten der Hyperpum immer noch schlipp ihn ein. Ne, das ist klar beim Beinpult, ne?